Sie haben doch von der Black Card gehört, oder? Nein, nicht die von Visa oder American Express. Diese hier ist viel wertvoller als die von Visa oder American Express. Es gibt ganze Organisationen, die darauf aufgebaut sind. Und Einzelpersonen, die sie genutzt haben, um sowohl Reichtum als auch Einfluss zu erlangen. Wenn dies nach etwas klingt, das sie vielleicht gerne besitzen möchten, sollten sie wissen, dass es nur einen Weg gibt, wie sie sie in die Hände bekommen können. Sie müssen mit schwarzer Haut geboren werden. Das ist wirklich die einzige Voraussetzung. Sie können arm, aus der Mittelschicht oder reich sein, das spielt keine Rolle. Die schwarze Karte wird ihnen immer noch eine ganze Geschichte der Unterdrückung bescheren, auch wenn sie nie unterdrückt worden sind. Wenn sie die schwarze Karte blinken lassen, werden die meisten Weißen kuschen. Wenn sie die schwarze Karte geschickt ausspielen, können sie Auszeichnungen gewinnen, Millionen verdienen und gleichzeitig behaupten, dass die Menschen, die sie dort hingebracht haben, sie irgendwie hassen. Mit einer schwarzen Karte können sie Bücher voller nicht entzifferbarer Prosa verkaufen. Denn mit einer so starken Karte ist es egal, ob ihre Worte einen Sinn ergeben. Sie können sich selbst als Bürgerrechtsführer bezeichnen und multinationale Konzerne ausnehmen. Oder sie können ihre eigene Nachbarschaft abfackeln, weil ihnen das Ergebnis eines Urteils der großen Jury nicht gefiel. Ironischerweise weigern sich die Menschen, von denen sie glauben, dass sie den legitimsten Anspruch auf die schwarze Karte haben, sie zu benutzen. Nehmen Sie zum Beispiel meinen Großvater. Er hat mich aufgezogen, seit ich neun Jahre alt war. Er wurde 1941 im ländlichen North Carolina geboren und begann im Alter von fünf Jahren zu arbeiten, als er auf einer Pachtfarm Tabak zum Trocknen ausbreitete. Jim Crow, getrennte Wasserspender und der KKK waren allgegenwärtige Realitäten. Er war 17 Jahre alt, als er meine Großmutter heiratete. Er verdiente seinen Lebensunterhalt mit der Reinigung von Häusern und Bürogebäuden, bis er genug Geld gespart hatte, um sein eigenes Reinigungsunternehmen zu eröffnen. Die Sache ist die, dass er nie irgendeine Karte gespielt hat. Meine Großmutter auch nicht. Wenn sie Probleme hatten, haben sie niemanden beschuldigt. Sie haben sie einfach gelöst. Und sie haben mich dazu erzogen, das Gleiche zu tun. Hausarbeit war in ihrem Haushalt Pflicht. So war es auch Pflicht, jeden Morgen vor der Schule die Bibel zu lesen. Ich mochte das Bibellesen nicht, und ich hasste die Hausarbeit. Aber mir ist jetzt klar, dass diese kleinen, disziplinierenden Handlungen, obwohl sie manchmal erdrückend waren, einen starken, positiven Einfluss auf meinen Charakter hatten. Ich war eine College-Studentin der ersten Generation. Das sollte die Fahrkarte zum Wohlstand sein, aber das war es nicht. Ich verließ das College mit einem Berg von Schulden und ohne praktische Fähigkeiten. Ich hatte nur 80 Dollar auf meinem Bankkonto und nur sehr wenige Aussichten. Ich hätte aufgeben können. Ich hätte mich tief in meine Geschichte vertiefen und mich selbst zu einem Naturprodukt der Unterdrückung durch meine Vorfahren erklären können. Ich hätte die schwarze Karte ausspielen und mich von jeder Verantwortung für meine eigenen dummen Entscheidungen freisprechen können. Nur habe ich es nicht getan, denn es hätte das Vermächtnis meines Großvaters zerstört. Ich bin stolz darauf, dass er die Kraft hatte, nichts in etwas zu verwandeln. Und ich habe nicht die Absicht, dieses Etwas wieder in nichts zu verwandeln. Meine Haltung hat jedoch ihren Preis, denn wenn man als Schwarzer geboren wird und seinen natürlichen Status als Opfer nicht akzeptiert, dann wird die Gültigkeit seines Schwarzseins sofort in Frage gestellt. Nun, dann ist es eben so. Wenn der Glaube an mich selbst, wenn das Akzeptieren der Verantwortung für mein Versagen mich irgendwie vom Besitz einer imaginären Karte disqualifiziert, dann lassen sie mich als Erste erklären, dass ich keine haben will. Ich will auch nicht, dass Connell West, Al Sharpton oder irgendjemand anderes seine Hautfarbe benutzt, um sich in diesem System als Vorbild aufzuspielen. Ich habe bereits meinen Großvater. Wenn mich meine Familiengeschichte eines gelehrt hat, dann, dass ich keine schwarze Karte oder irgendetwas anderes brauche, um etwas aus mir zu machen. Fürs Protokoll. Mein Großvater, der jetzt im Ruhestand ist, lebt in einem Haus, das er und meine Großmutter auf einem Grundstück in North Carolina gebaut haben, das sie gekauft haben. Auf genau derselben Farm, auf der er als kleines Kind gearbeitet hat. Seine Geschichte ist einzigartig. Seine Geschichte ist wunderschön, weil sie amerikanisch ist. Und das ist die einzige Karte, die ich jemals spielen wollte. Ich bin Candice Owens für Prager University.